Herr Sauer, noch drei Tage bis zum Start der Euro 2024. Wie laufen die letzten Vorbereitungen? Wie läuft der Endspurt? Also wie immer, egal wie lange man was plant, es wird am Ende immer knapp und so ist es auch diesmal. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wirklich mit Turnierbeginn alles fertig ist und die Leute hier einfach ins Turnier starten können. Was passiert denn jetzt noch genau hinter den Kulissen vor dem Start? Hinter den Kulissen ist natürlich viel zu tun. Also wir haben noch eine Menge Abstimmungen mit dem Stadion. Sowohl Sicherheits- auch logistische Sachen müssen einfach bis zum Schluss noch ausgetauscht werden. Teilweise kommen auch noch neue Kollegen der UEFA jetzt nach Dortmund, die dann eingewiesen werden müssen. Das sind alles Sachen, die jetzt auf den letzten Tagen wirklich noch passieren. Wie würde für Sie denn eine erfolgreiche Euro 2024 am Ende aussehen? Alle freuen sich jetzt, die seit Jahren beschäftigt sind, da gehöre ich dazu, dass der Ball dann auch wirklich rollt. Ich glaube, wenn man auf die Straßen am Ende guckt und sieht, den Leuten gefällt das, sie haben Spaß dran. Unsere Gäste fühlen sich hier wohl. Wir kriegen ja jetzt schon gutes Feedback, dass Dortmund auch mal ein bisschen in den Mittelpunkt rückt hier in Europa. Einfach weil wir beim Fußball so eine hohe Bedeutung haben. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die wir dann werten können und je nachdem, welche Perspektive wieder einnehmen. Das zählt dann. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn die meisten hier aus der Veranstaltung kommen und sagen, das waren gute vier Wochen, dann können wir ganz zufrieden sein.